Wir kommen zu einem weiteren Finale, und zwar von R&A. Christoprino spielt gegen Gia Lutron auf Tisch Nummer 3. Christoprino spielt gegen Gia Lutron auf Tisch Nummer 3. Matthias Meneke ist Schiedsrichter auf Tisch Nummer 3. Applaus Applaus Achtung, komm, hopp. Applaus 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 Oh, oh, oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.